Ich habe das mit deinem Vater gehört und es tut mir sehr leid, Seth. Ich dachte mir, du würdest das haben wollen. Weißt du, es ist okay, Hilfe zu erbitten. Meist gut. Seid ihr blind? Pass doch auf! Was ist los mit dir, Megaddle? Hast du ein bisschen darüber nachgedacht, was du getan hast? Ich würde dich rauswerfen, wenn ich könnte. Aber Direktor McKnight ist der Meinung, du verdienst noch eine Chance. Da kam heute was. Von der Bank. Die sagen, dass wir ihm Geld schulden. Alex, nicht? Able. Das ist Seth. Er wird dir mit der Sprinkleranlage helfen. Ich habe schon zwei Jobs. Tja, jetzt hast du drei. Viel Spaß. Fang an zu graben. Du hast einen Monat, dann wird die Bank dich vorausschmeißen. Was sollen wir jetzt tun? Wer? Ich bin so bescheuert! Ich brauche deine Hilfe. Ja. Ich würde gerne wissen, ob du ein Riese bist. Ein Teil von mir vermisst etwas ist. Es vermisst jemanden, der die Dinge in Ordnung bringt. Wir machen alle Fehler, Seth. Aber meistens denken wir, wir haben keine Wahl. Dabei haben wir immer die Wahl. Er ist bei dir. Bis zum nächsten Mal. Dir. Vielen Dank.